Herzlich willkommen bei Mika Karawan in Dinkelspül bei uns auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute ein tolles Projekt. Ich nehme euch mit in ein Fahrzeug Adria, wo wir wirklich, wirklich viel, viel umgebaut haben. Das gehen wir mal einfach nur so im Schnelldurchlauf durch. Ich möchte es gar nicht im Detail durchgehen, weil das ist zu viel. Die Bauabschnitte haben wir auch so jetzt gar nicht so verfilmt. Nur was alles möglich ist, einfach in so einem Fahrzeug, weil es ja doch relativ tagestauglicher Teilintegrierer ist, wo man, der ist jetzt nicht so lang, ist kein Liner, aber was da doch alles geht, mit knapp 600 Amperestunden Lithium, mit über 500 Watt Peak Solar auf dem Dach, also alles machbar. Zwei Max-Bands und, und, und. Also da kann man richtig gut was tun. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das einzige, wo ich persönlich ein bisschen enttäuscht war, enttäuscht war nicht, aber entsetzt war, ich habe da so leichtfertig Dinge zugesagt, war, dass das ein Fiat Ducado 8 ist. Und für mich war das, ja, okay, hat sich ja nicht so viel verändert. Er hat aber vorne dieses große Display drin. Und da gibt es dann doch einige Schwierigkeiten, gerade wenn man Soundsystem und Rückfahrkamera machen will, wo wir bei dem Fahrzeug dann wirklich an unsere Grenzen gestoßen sind. Wir haben mit vielen, vielen Zulieferern telefoniert. Da gibt es leider keine Möglichkeit, keine Adapter, keine Anschlussmöglichkeit. Das ist dann schon echt streng. Und was ich wirklich enttäuschend finde, Fiat Ducado 8, Leute, ein nagelneues Auto entwickeln und dann die Basics, die ich mit auf dem Schirm haben, das finde ich schon etwas schwach. Also muss ich sagen, puh, hätte ich mir anders vorgestellt. Und da muss ich sagen, komme auch ich an meine Grenzen, weil wenn es was nicht gibt, dann gibt es es nicht. Aber danke, lieber Kunde. Ich habe ja vorhin im Video oder beziehungsweise sage ich das dann noch mal im Video schon mal angedeutet. Ganz toll, er hat uns da megamäßig unterstützt. Und muss ich ganz wirklich sagen, die haben dann wirklich recherchiert und getan. Und es gibt tatsächlich eine einzige Firma, die einen Adapter in der Form herstellt, wo wir jetzt hier nutzen können. Das ist der Wahnsinn. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal das Auto miteinander an. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also, gehen wir mal ab in die Werkstatt. Ein Adria. Adria Matrix 670 SL. Wow. Also erst einmal muss ich sagen, gefällt mir das Auto von außen sehr, sehr gut. Also richtig geil. Muss man wirklich sagen, die Vollierung ist richtig klasse. Das Fahrzeug ist richtig klasse. Ein wunderschönes Auto. Mal ein bisschen anders vom Design her. Rattengeile Felgen. Sorry, Leute, ich kann es nicht anders sagen. Schaut euch das an. Also das schaut richtig geil aus, vor allem hinten. Da sieht er ja richtig fett aus. Tiefer gelegt. Also es ist schon geil. Also muss man sagen, das Fahrzeug sucht seinesgleichen. Vor allen Dingen auch die Ausstattung sucht seinesgleichen. Wir gehen jetzt gleich mal ins Innere des Fahrzeugs. Kurz nochmal zum Äußeren. Wir haben hier eine Frontmaske montiert. Den Bügel. Richtig geil. Was hat das Auto alles gekriegt? Eine richtig schöne Solaranlage. Gehen wir erstmal aufs Dach kurz. Genau. Mit vier Modulen von WCS. Natürlich Hochvoltmodule. Mit jeweils 60 Volt. Also auch hier passiert richtig Power. Voila. Hier haben wir die ersten zwei in der Front. Dann kommen da hinten nochmal zwei im Heck. Wichtig ist der Platz, der noch für die Klimaanlage in der Mitte genutzt wird. Dann haben wir hier hinten die Antenne montiert. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, damit wir auch die Klimaanlage noch reinbringen, also dass es genügend Platz vorhanden ist. Trotzdem haben wir viermal 130 Watt Peak. Also da passiert richtig was. Wenn wir jetzt ins Innere des Fahrzeugs gehen, haben wir hier ein kleines Zauberwerk vollbracht. Wenn wir uns jetzt hier mal den Kasten angucken, haben wir dreimal 188 Watt Peak. War ein bisschen eine Herausforderung in dem Kasten. Also ich versuche euch das ein bisschen näher zu bringen, weil wir haben hier natürlich eine Außenwand. Das ist alles begrenzt. Hier musste man die ganze Installation reinmachen. Das war alles ein bisschen echt eng. Aber wir haben es geschafft. Wir haben hier richtig Power reingepackt in das Teil hier. Also 388, das macht schon richtig fett was her. Natürlich hier sehen wir unsere ganzen Sicherungen. Da unten haben wir den Verteiler gesetzt. Dann haben wir hier die 230 Volt Geschichte. Denn jetzt gehe ich hier mal auf die Seite. Hier, schaun wir mal rein. Hier hängt der 3000er Wechselrichter. Auch den haben wir hier verbaut. 3000 Watt mit 200 Ampere Ladestrom. Ist natürlich auch ein richtig fettes Gerät. Muss man auch ganz klar sagen. Also auch das macht richtig Spaß. Dann haben wir hier oben die ganze Steuerung dementsprechend. Hier können wir auch mal umrüsten ins Bussystem, wenn man das möchte. Auch das haben wir extra so gemacht, falls der Kunde das mal möchte. Hier, wenn wir reingehen, haben wir die Vorrichtung gemacht. Eine USB-Steckdose mit Schalter. Weil hier möchte der Kunde vielleicht mal, oder möchte der Kunde einen Ruder hinhängen. Dann hat er hier die Möglichkeit. Hier haben wir einen Kühlschranklüfter mit eingebaut. Hier steuerbar. Der ist natürlich hinten drin im Lüfter. Hier sind die Kabel, weil den Ruder hat der Kunde selber. Der wird dann installiert. Dann kann man dann dementsprechend die Kabel anbinden. Dann ist auch das hier alles in dem Technikfach verbaut. Dann haben wir eine Desolüt-Desinfektionseinheit mit UV-Bestrahlung, UV-C-Bestrahlung eingebaut. Dann gehen wir wieder mal raus zu unseren ganzen Solaranlagen. Dann haben wir natürlich auch die Solarregler verbaut. Die haben wir hier dementsprechend untergebracht. Im Elektroschrank macht natürlich Sinn. Da haben wir hier auch Platz gefunden dementsprechend, wo wir die sauber ordentlich reingebaut haben. Natürlich jeweils mit Dongle, damit man es auch vom Innenraum per Bluetooth abfragen kann. Hier haben wir dann die Stromverbindung dementsprechend. Also auch das ist sehr schick. Finde ich super gelungen. Und wenn wir jetzt im Vorderbereich sind, dann haben wir noch die Heosafe-Schlösser hier eingebaut, links und rechts. Und hier unten haben wir den Booster. Jetzt komme ich nicht gescheit hin. Hier hängt der Booster. Genau, der WCS-Booster. Den haben wir da unten eingebaut, weil da kommt man schön an den Taster ran, was natürlich auch Sinn macht. Und dann haben wir noch den Lichtmaschinentaster eingebaut. Dementsprechend dann haben wir noch hier Lautsprecher ausgetauscht. Ja, und jetzt kommt so ein bisschen der Worst Case bei dem Fiat Ducado 8 mit dem großen Sound, also mit dem großen Display. Ist das nicht ganz so einfach, hier ein Soundsystem anzuschließen, denn es gibt im offiziellen Handel keine vernünftigen Adapter. Genauso wenig für Rückfahrkameras. Also das ist ein bisschen anstrengend. Da hat uns der Kunde sehr gut geholfen. Er hat recherchiert. Er hat jetzt noch eine Firma, eine einzige Firma gefunden, die entsprechend einen Adapter baut, sodass man hier eine Rückfahrkamera anschließen kann. Ihr wollt aber alle nicht wissen, was das Kabel kostet. Also das ist echt frech und echt horrend. Also muss man ganz klar sagen. Also das ist eine echte Hausnummer. Aber gut, ist natürlich schon, wenn man so ein Auto fährt, dann möchte man das natürlich auch dementsprechend komplett und schön haben. Also wäre ich genauso und würde mir natürlich auch gefallen, wenn das dementsprechend dann alles stimmig wäre und dementsprechend alles passend wäre. Schauen wir nochmal kurz im Innenraum, weil da haben wir natürlich auch dann noch für Abwasser und Frischwasser, hier zeige ich Ihnen für Frischwasser, die Supersense verbaut. Die haben wir hier drin. Abwasser haben wir es auch verbaut, aber da komme ich jetzt nicht runter, weil ich krabbel jetzt mit euch nicht unter das Fahrzeug. Dann haben wir noch den Gasmelder verbaut. Da hinten hängt er und mit CO2-Wanner. Auch ganz wichtig. Also ihr seht schon, das Fahrzeug hat wirklich vieles bekommen. Hier soll dann mal noch die Klimaanlage reinkommen. Also ist schon echt ein mega Umbau für uns. Hat auch richtig Spaß gemacht. Natürlich auch immer wieder eine Herausforderung. Dann hat er ja auch noch, ja genau, das hat er ja auch noch gekriegt. Schauen wir auch gleich mal rein. Eine, voila, Glässana natürlich. Auch die haben wir hier verbaut. Schaut auch richtig schick aus. Also hier haben wir schon richtig, richtig viel, ja, richtig viel verbaut. Braucht man so viel? Ist das alles nötig? Ja, kommt natürlich immer darauf an, was man mit den Fahrzeugen macht. Aber ich wäre auch einer, der das schon für nötig hält, wenn ich intensiv mit einem Reisemobil unterwegs bin. Denn die Autarkie hat für mich schon immer mehr Bedeutung. Man muss ja sagen, autark, was heißt denn eigentlich autark? Autark ist, ich möchte längere Zeit irgendwo stehen, ohne dass ich an Landstrom oder irgendwo ran muss. Jetzt kommen natürlich die Menschen, die sagen, ja, Wasser ist ja immer der limitierende Faktor. Ja, stimmt, alles gut. Aber wir haben halt durch die vielen Wohnmobile, die es gibt, immer, immer mehr die Variante, ich komme am Stellplatz, selbst bei normalen Stellplätzen, Steckdosenplätze alle belegt oder zwei sind nur frei, aber die sind kaputt. Und dann habe ich halt schon ein Problem. Und darum sage ich, so eine Grundautarkie ist schon wichtig. Und wenn ich natürlich in Skandinavien unterwegs bin oder mich da in anderen Ländern rumtreibt, wo es auch lockerere oder andere Gesetze gibt, da kann ich natürlich mit Autarkie schon richtig gut unterwegs sein. Und hier sind wir natürlich richtig fett unterwegs, knapp 600 Amperestunden Lithium plus 260 mal 2, also da haben wir ja 520 Watt Peak Solar auf dem Dach. Also da rappelt es dann schon mal richtig in der Kiste und da kommt auch richtig was runter. Und das macht natürlich bei so einem Fahrzeug dann schon richtig Spaß. Man muss natürlich dazu sagen, der Kunde hat hier noch viel mehr Features eingebaut. Er hat hier noch ein Bärlock-System eingebaut. Er hat hier hinten noch einen Gastank eingebaut, inklusive Gastankflaschen. Also es ist hier richtig Vollausstattung. Man sieht es, dann hat er hier noch ein Luftfahrwerk, sprich ein Vollluftfahrwerk installiert. Also auch das ist in dem Fahrzeug verbaut. Also hier ist schon richtig Spaß. Ist natürlich ein richtig guter Fahrkomfort dann, muss man auch ganz klar sagen. Dann haben wir hier natürlich auch noch eine Hubstützenanlage verbaut. Da ist hier unten das Display. Voll, voll automatische Hubstützenanlage. Auch richtig geil. Also hier ist schon richtig, richtig was drin in dem Auto. Macht richtig Spaß. Ist richtig toll. Und ich glaube, damit hat der Kunde auch wirklich, wirklich viel, viel Spaß. Ja, für uns geht es jetzt in den finalen Abschluss. Zwei, drei Kleinigkeiten müssen wir an dem Fahrzeug noch machen. Und dann kommt die Prüfung und dann dürfen wir das Fahrzeug nach viel Geduld endlich den Kunden wieder übergeben. Da freuen wir uns auch schon drauf. Und ich denke, die Kunden freuen sich auch schon drauf. Da setze ich mich jetzt noch hin. Der möchte nur eine E-Mail von mir, wie der Baufortschritt ist. Und ja, das werden wir jetzt noch tun. Und ich finde, es war wieder mal ein richtig schönes Projekt, was ich euch natürlich definitiv nicht vorenthalten wollte. Ja, ich denke, es war oder ist ein Mega-Umbau. Also mir hat der megamäßig Spaß gemacht. Und ich glaube, was wir da sehen, ist auch richtig klasse, wie wir das umgesetzt haben. Verschiedene Dinge natürlich ein bisschen erfinderisch gewesen. Aber es ist natürlich immer so eine Herausforderung, weil jedes Fahrzeug spezifisch anders ist. Da kann man auch nicht pauschal sagen, kostet so und so viel. Weil natürlich die Wege, die Kabelwege, die Installationsmöglichkeit, die Befestigungsmöglichkeit immer unterschiedlich, immer anders ist. Wo man sehr individuell arbeiten muss. Ich sage jetzt mal, die Liner sind dann natürlich ein bisschen einfacher. Weil die haben hinten die großen Heckgaragen, da ist Platz ohne Ende. Wir kämpfen hauptsächlich mit den teilintegrierten und Kastenwegen. Da ist es ein bisschen komplexer, weil wir hier natürlich die Thematik haben, wir müssen die Plätze finden. Die Plätze für viel Platterie, für viel Wechselrichter, Ladebooster und so weiter, die ganzen Zusatzgeräte. Und wir, MIGA Caravan, haben halt einfach immer den Anspruch, natürlich auch wie bei WCS, wenn ich fertig bin mit dem Auto und ich mache die Tür auf, außer dem Display über der Tür, darf hier niemand sehen, dass ich jemals in dem Auto irgendwas verändert habe. Und das ist dann mein Anspruch, wo ich sage, das muss so sein wie von der Stange, wie nagelneu. Und wenn das dann gewährleistet ist, dann bin ich wieder glücklich. Ist nicht immer so einfach. Also ich habe schon ganz wilde Einbauten gesehen. Da wird halt der Wechselrichter hinten auf die Rückseite vom Sitz drauf geschraubt, sichtbar, weil wir jetzt zu faul waren, anständigen Platz zu suchen oder dementsprechend dann die Kabel zu verlegen. Das ist definitiv nie mein Anspruch oder unser Anspruch. Und da, finde ich, haben wir bei dem Adria wieder wirklich gut gearbeitet. Fand ich richtig klasse, wie meine Jungs das umgesetzt haben. Da auch wieder ganz großes Lob an unsere Jungs. Ob das der Basti ist, ob das der Markus oder auch der Detlef, wie auch natürlich unser Foxy. Alle pfiffig, alle handwerklich, mega toll. Also ein super geiles Team, wo es einfach richtig Spaß macht, wenn wir solche Leute um sich rum haben, die einfach auch mit dabei sind. Und das macht schon richtig klasse. Also hier an der Stelle auch ganz lieben Dank an mein eigenes Team. Super geil. Und wenn ihr Bock habt, ihr wisst mittlerweile, wir suchen permanent Verstärkung. Also vielleicht wollt ihr an so einem tollen Team auch mitwirken und Teil sein von diesem Team. Dann jederzeit an uns wenden. Wieder zurück zum Fahrzeug. Tolles Auto. Ich hoffe, euch hat das Video auch so ein bisschen inspiriert, was man alles tun kann, wenn man das möchte. Natürlich nicht muss. Die Bedürfnisse sind unterschiedlich wie denn je. Aber jeder hat natürlich seine unterschiedlichen Bedürfnisse, die wir dann dementsprechend mit euch abstecken und dann eben empfehlen oder beziehungsweise euch beraten. Also in dem Sinn wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ich habe jetzt fast gesagt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann ich das Video ausstrahle. Oder ich sage einfach einen wunderschönen Abend. Und bleibt mir gesund. Passt auf euch auf. Und ich melde mich die Tage wieder mit versprochen dem Solartest. Ich bin dran. Das Ergebnis, das ist überfällig. Das wird auf alle Fälle kommen. Also bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr verrückt seid, ein Daumen nach oben. Dann freue ich mich genauso wie über ein Abo von euch. Ist natürlich immer hilfreich. Schreibt in die Kommentare, was ihr vor dem Auto denkt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Also bis bald. Ciao, ciao. Euer Michael. Ciao, ciao.